Hi, es ist ein wunderschöner Tag um Danke zu sagen. Danke von Herzen. Die Sonne scheint, der Himmel ist leicht bewölkt, ein bisschen blau noch. Guter Tag. Wohnzimmer. Einfache Frage. Also viele von euch haben Wohnzimmer, betrachten das auch als einen Ort wo Menschen zusammenkommen und Freude haben und Spaß. An die Menschen die gesagt haben, ja mein Wohnzimmer das ist ein Ort der Freude. Da kommen Menschen gerne zusammen und hören Musik. Danke an euch. Wohnzimmertour steht, 17. bis 30. November. Es war überwältigend. Die Resonanzen haben uns zu Boden gedrückt und sie haben noch viel mehr dazu geführt, dass wir selber ganz viel Liebe verspürt haben. Dafür sagen wir Dankeschön Bern, Zürich, Basel. Alle Metropolen in eurem kleinen Königreich werden wir bereisen. Haben wir uns eben gleich einen großen Truck gekauft, dass wir, wenn wir zu euch kommen, auch ordentlich viel Love mit ins Gepäck reinnehmen können. Das ist uns wichtig. Soviel dazu. Wir sprechen uns, wenn wir uns persönlich sehen, in eurem Wohnzimmer. Tschüss. Ich kann nur sagen Danke, ja. Ich bin bewegt hier im Herzen. Ich kann auch das Sakko nochmal aufknöpfen. Ich kann das nochmal zeigen hier. Wir haben drüber gesprochen. Es muss mit Love passieren. Es ist alles mit Love passiert, ja. Da war übelst Much Love ins Internet drinnen und es ist alles zu uns gekommen. Cool. Wir kommen vorbei. Bis dahin. Tschüssi. Ciao. 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 Ciao.